Das zum 19. Mal organisierte internationale Sprach- und Kulturfestival beginnt mit der Moderation von Bill Timonet im großen Finale. Unsere heutigen Jurymitglieder sind Branton J. Durden, Christopher Patrick und Peter Deverington. Mit atemberaubenden Auftritten haben wir heute 24 junge Talente aus den folgenden 24 Ländern. Aus aller Welt, aus verschieden Kulturen mit vielfältigen Bekleidungen und fabelhaften Stimmen treffen wir uns zu unserem 19. Sprach- und Kulturfestival. Die Gewinner dieses Wettbewerbs werden per Online-Voting abgestimmt. Wir sehen uns am 26. Juni Samstag um 20 Uhr beim Online-Wettbewerbsprogramm.